Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal der Reifenscheune in Hagenbach. Jetzt zeigen wir euch mal was wir hier so treiben, was hier so geht und was wir sonst noch so den ganzen Tag hier machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst oder ein Abo, damit könnt ihr uns unterstützen und mehr von uns erfahren. So, wie ihr euch hier seid? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier seid. Bis zum nächsten Mal.